So in ihrer Jugend Die Bayern kommen, wenn sie dann nach Norden kommen So hat die Felskeit ganz benommen Obacht geben, die Bayern kommen Sie sind eine Fußballmannschaft und alle waren dabei Und auf jedem Spielfeld reißen sie gewaltig eigentlich sein Trainer mich Und der schreit vor, dann schießt unser Tor Ein Bayer, das ist ein Gladiator Trausam, ohne Gnade, er haut da drauf Ja, wenn der Gegner die Bayern nur von weitem zieht Da gibt er von vornherein von auf Wenn sie dann nach Norden kommen So hat die Felskeit ganz benommen Obacht geben, die Bayern kommen Im Stadion kommt Stimmung auf Die Fels sind alles unter Blau Es kommt wie Schmall und rühlt der Chor Volles Rohr, Bayern vor Wo immer auch die Bayern den Rasendank betreten Will entlust der Gegner weg mutlos anzubeten Und ist er dann geschlagen, wird er gleich vom Platz getraten Aus der Südkurve rauscht ein voller Chor Und kommt Stimmung auf Die Fels sind alles unter Blau Es kocht die Spannung Rühlt der Chor Volles Tor Die Bayern kommen Wenn sie dann nach Norden kommen So hat die Felskeit ganz benommen Obacht geben, die Bayern kommen Wenn sie dann nach Norden kommen So hat die Felskeit ganz benommen Obacht geben, die Bayern kommen Wenn sie dann nach Norden kommen Wenn sie dann nach Norden kommen So hat die Felskeit ganz benommen Obacht geben, die Bayern kommen Im Stadion kommt Stimmung auf Die Fels der Bayern sind alle super drauf Es kocht die Spannung Rühlt der Chor Volles Rohr Bayerns Rohr Bayerns Rohr Bayerns Rohr Bayerns Rohr Schwarzenbeck mit einem 25- oder sogar 30-Meter-Schuss Er fasst sich am Herzen Ich bin stolz darauf, dass ich zu dieser Familie schon lange gehört habe Seit meiner Jugend Studeln Doppel Rom Ist denn das die Möglichkeit Die ganze Bayern-Bank Sprengt viele küsieren auf Der FC Bayern München schafft den Headtrick im Europapokal der Landesmeister 1916. Die Fans sind die Wurzeln unseres Clubs. Und diese Wurzeln müssen nicht nur gewässert werden, sondern auch gehegt und gepflegt werden. Und dementsprechend versuchen wir mit den Fans gemeinsam ganz einfach hier die Basis, im positiven Sinne mit dem Club gemeinsam zu leben, zu leben und am Ende des Tages auch zu erleben. Die Milliarden von Menschen kennen ihn, Millionen verfolgen die Spiele. Denn der FC Bayern hat heute eine unglaubliche Bedeutung im internationalen Sport, im internationalen Fußball. einer der mitgliedsstärksten Klubs der Welt. Und die Mitglieder müssen auch das Gefühl haben, zu einem Club zu gehören, wo sie stolz sind. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München! Im Tor mit der Nummer 1 Oliver! Mit der Nummer 2 Markus! Mit der Nummer 4 Samy! Mit der Nummer 10 Lothar! Mit der Nummer 11 Stefan! Mit der Nummer 14 Mario! Karte! Die 19 Karsten! Die 21 Alexander! Und die Nummer 25 Thomas! Liebe Fans in der Südkurve auf der Ersatzbank heute mit der 12! Das ist Sven, mit der Nummer 5, Thomas, die 7, Mehmet, mit der 8, Thomas, die 17, Thorsten, die 20, Hassan und die 24, Ali, das alles unter der Regie unseres Chefcoaches Ottmar. Untertitelung. BR 2018 We can reach the top, forever, never will we stop, united, we can be the best, divided, we can beat the rest, together, we can stand real tall, forever, forever, we will never fall, united, we will fight as one, divided, war was never won. Olé, Super FCB!